recht herzlich willkommen zur 52 folge von minecraft together mit dem knolle spielt der euch jetzt nicht begrüßt einfach aus dem runde weil technische probleme vorlagen ich musste den ersten teil der folge leider cutten bis ich es gemerkt habe und ja dann würde ich sagen guckt euch jetzt den rest der folge an der knolle übernimmt dann mal so die technischen schwierigkeiten sind oben und es geht weiter wie gewohnt das ist alle jetzt so klappt hier im nachhinein also ich kann ja schon mal sagen der turm sieht auf jeden fall nicht mehr so klobig aus weil die fenster jetzt drin sind ja ich denke was liegt daran dass er noch nicht ganz fertig ist aber es sieht so als wenn das eine fenster weit unten als das andere also die qualität durch diese verbindungsprobleme die wir jetzt gerade hatten so ein bisschen schäbig anhören damit ich das gleich mal entschuldige super das war falsch kam aber mir war das nicht auch nicht immer das beste jetzt machen wir erstmal hier löcher in der wand das nennt sich dann fenster so was war das fünfe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 muss noch weg man hört es jetzt leider gerade dass die qualität nicht die beste ist genau aber das kriegen wir bestimmt beim nächsten eingriff ja so fenster haben wir noch eins jemand ich wollte den schlechten ping ich habe auf die tour klicken ist nichts passiert aber es geht alles so jetzt kommen wir nach oben und ich kriege noch mehr stein anstatt weniger okay wir liegen überall welche rum habe ich runter geschmissen ja die fallen runter was hältst du vor an der idee ins bett zu gehen jetzt bist du schon leicht gekommen ich dachte schon jetzt völlig ganz runter aber zum glück hat mich die dinge jetzt aufgehoben ich bin so gerade hier so toll drinnen im arbeiten hier ich gar nicht schlafen will egal wird aber jetzt schmeiße ich mich gerade runter dann ich weiß auch gar nicht wie lange die folge jetzt ist durch die unterbrechung circa fünf minuten haben wir jetzt gemacht okay ich bin hier im erdgeschoss und komme richtung bett zumindest bei meinem mathe das also meine berechnungen stimmen gott dann proben wir eine runde der mathe lehrer wird mich jetzt direkt korrigieren und wir sagen hier sind vier minuten 30 gewesen okay und dann geht zum aufbau weiter hoch oder wie sehe ich das ja hallo hallo habe ich so einen orangen kopf vor mir da von innen ausgehölt ja hallo kürbisse sind dann hallo ihn immer ausgehölt so dann sind wir schon wieder gleich oben ja ich sehe ich auch nicht ich bin letztes mal runter gefallen deswegen wollte ich da erstmal ein block hinsetzen so jetzt müssen wir gucken was wir hier machen müssen okay ich glaube ich habe eine idee und das ist schon mal die idee dass wir das so machen ein krank war super der war verkehrt kannst du den stein aber weg machen das ist gerade wieder sehr schlecht wo ist denn der stein hin keine ahnung ich weiß es nicht so da liegt da so er ist jetzt so das ist ein kranz der darum geht das ist auch okay so jetzt weiß ich noch nicht wie ich das machen möchte also ich glaube wir machen noch eine reihe märche drum rum draußen jetzt kommt man gar nicht mehr hoch da ist einer zu viel gelandet das deck ist alle das sind dann wieder türen rein bitte dann wieder türen rein wo hier oben wo du gerade baust okay also hier noch eine tür rein ja denke ich meine ich versuche jetzt hier eine kreation das ist nur nicht der endzustand dieser stein muss weg und da muss einer hin und ich bin runter ich muss irgendwie noch ein höher wieder und dann da weil wieder ein stein der da noch hin muss ja wie machen wir das gute frage ich glaube mach das mal so ich möchte den turm aber auch nicht zu spitz machen mal gucken wie wir das hinkriegen ich traue mich nicht zu laufen ich könnte runterfallen geht doch einigermaßen tief runter ja das ist das problem ja das weiß ich nur nicht ob das nachher aussieht ne hier weiß ich auch noch gar nicht wie ich das weitermachen soll noch gar keine richtige vorstellung von dem turm spitze ich auch nicht so richtig aber bauen wir lieber studieren ja wieder runter gefallen so ein shit spring oh gut geht nicht jetzt gehts du musst aber aufpassen dass du nicht runterfällst ja meinst du so alle zwei stufen ein zusammen ungefähr ne jetzt habe ich keine steine mehr ich aber gott okay sogar noch einige da können wieder zwei weg die ich da jetzt hingebaut habe die sind nämlich verkehrt gewesen denke ich mal das mal gleich machen wenn man nur eine stufe macht dann wird der turm wahrscheinlich zu flach ne ja das war glaube ich knapp gerade musst du das schiff drücken obwohl du bist ja anders belegt kann man ja so sagen ja komisches belegtes brötchen genau erbimomeladobrub mit honig okay oh der ist falsch aber ne lass ihn grad sitzen da jetzt kannst du den wegnehmen wenn du möchtest sogar symmetrisch passt meinste ja klar und in der mittel kommen dann nochmal zwei steine mehr Also nicht ganz symmetrisch, fällt mir gerade so auf. Ist aber nicht schlimm, oder? Doch. Hast du noch zwei? Nein. Geh da weg. Du stehst auf dem Stein drauf. Und da oben muss ein Kreuz hin. Das müssen wir anders machen. Nochmal das weg. Aber wir können jetzt... Doch, man kann Stufen senkrecht machen, oder? Ja. Also nicht einen halben Stein, nicht Stufen. Und hier kann man auch jetzt senkrecht da einen Stein dran machen. Weißt du, wie ich meine? Nein. Also es geht, glaube ich, nicht. Geht nicht. Dann müssen wir da gucken, dass ich das hinkriege. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber... So. Jetzt muss die Seite weg hier. Ich habe nur eine Stufe gehabt. Das kann nicht sein, oder? Hast du noch Stufen? Nee. Nee, super. Ich brauche noch einen Stein, dann kann ich einen machen. Ja. Es ist schwer hier runter zu kommen. Warte mal, du brauchst einen Stein, normal. Nee, ich habe einen Stein. Zwei. Nee, zwei habe ich dann doch wieder nicht. Zwei Ruhe hätte ich noch. Oh. Das war knapp. So knapp war es nicht. Ich habe noch ganz viel Leben, aber... Schon wieder was weggeschmissen hier. Okay. Spitz. Aua. Hier drin sind ja noch Steine wegzumachen, ne? Echt? Ja. Gut, dass du es jetzt sagst. Du bist schon unten, ne? Ja. Ist aber ganz schön dunkel geworden hier drin. Hm, genau. So. Jetzt muss ich, glaube, da hin. Weißt du, wenn du das ja schon machst, dann gehe ich mal gerade. Gucke hin, wie der Turm von außen aussieht. Oh, da ist einer runtergefallen. Ja, ich gehe auch. Das interessiert mich jetzt auch. Ich bin neugierig. Immer im Kreis. Immer runter, runter, runter. Boah, da wird dann erschwindelig. Der arme Kerl, der da mal eben immer hochlaufen muss, um die Glocken zu läuten. Aber die machen das ja mit so einem dicken Seil, ne? Ähm, ich würde empfehlen, auf jede Stufe des Daches noch eine Stufe zu setzen. Ich glaube, dann sieht das besser aus. Ich weiß es noch nicht. Hier gucken wir mal das gerade erstmal von der Brücke aus an. Von der Brücke aus habe ich noch das gar nicht angeguckt. Okay. Aber ich finde, sonst sieht der Turm zu sperrig aus. Was meinst du? Man sollte da nicht Treppen ansetzen. Was dran setzen? Treppen? Treppen. Ja, okay. Sieht auf jeden Fall doof aus bis jetzt. Aber es sieht gerade schön aus, wie die Sonne da so direkt da drüber ist, wenn man die Wolken jetzt noch aus hätte. Okay. Ähm. Du musst aufpassen, dass ich in irgendeinem Lava-Fall oder so. Ups. Ups. So, jetzt. Na, das Fenster sieht aber voll doof aus. Das ist gar nicht mittig, ne? Welches? Oh, Mann, 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 Mann. Welches Fenster ist nicht mittig? Wenn du nicht von der Seite guckst, sieht das doof aus. Da ist ein Loch. Ja. Der Turm, der gefällt mir noch nicht. Ähm, ich würde empfehlen, dass wir das nächste Folge auch machen. Ja, denke ich auch. Aber den Turm, da müssen wir nochmal ran. Irgendwie hat der irgendwelche komischen Sachen, wo ich sage, das sieht doof aus. Das sieht voll doof aus. Das Fenster muss einmal nach rechts. Oder nach links. Von der anderen Seite auch. Ja, aber das ist auch mit der Schrägung, da müssen wir da noch was an uns einfallen lassen, glaube ich. Das liegt an dem Treppenaufgang. Ja, ich habe gerade schon einen schönen Screenshot gemacht. Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir schauen. Gut, dann würde ich sagen... War es das mit dieser Folge. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.